Zu JustFind gelangen Sie am schnellsten über die Startseite der UB. Geben Sie Ihre Begriffe einfach in das Suchfeld ein. Wählen Sie aus zwischen den Medien im Bestand der UB, Artikeln in Fachzeitschriften oder anderen Infoquellen. Sie können Ihre Treffer zum Beispiel nach Relevanz oder Datum sortiert anzeigen lassen und die Treffermenge eingrenzen. Bei Online-Ressourcen gelangen Sie oft direkt zum Text. Bei gedruckten Büchern erkennen Sie den Ausleihstatus und können sich über Details wie den Standort informieren. Wenn Sie möchten, übertragen Sie diese Informationen auf Ihr Mobilgerät für den Weg in die UB. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.